Kann man Luftattentate auch noch machen? Fragen über Fragen, Freunde. Ein bisschen Distraktion könnte mir hier helfen. Nein! Mist! Boah. Alter! Okay, das müssen wir anders angehen. Nee, nee, nee. Ich hab schon ne Idee. Na los, der andere soll sie auch auf sich umdrehen. Alter! Manu! Also gut, der andere hört das. Geht das? Nee, geht nicht. Mist! Ich muss mich beeilen. Geht das. Ich habe es. Äh? Er ist weg. Er ist weg. Das war knapp, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Huch. Okay, egal welchen Knopf man drückt, es ist immer die gleiche Attentat-Attacke. Das wird... Meine Rache kann beginnen. Zeit für deine Schmerzen. Befass dich um sich zu retten. Äthiho! Oh! Äthiho! Remember to look for signs your opponent is about to strike Yes, that's it This time when you block performer all over Okay Perfect This tactic is also good to escape from combat Attack this enemy Show me how you strike with your soul Good, standard attacks are quick But they deal little damage Strike the enemy harder than that Excellent Heavy attacks deal more damage See, the enemy is now weakened Finish him Okay Okay, okay Keep going Oh Ouch Gibt's Conta? Wow So Come here Come, come, come Rifus Allos Come here Well done Your training is complete for now Thank you Thank you Meister Ezio 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 Auditore Ezio Auditore da Firenze 1450-1550-1524 War an aus Florence stammender italienischer Adeliger von 153-1513 War er der Mentor der italienischen Assassinenbruderschaft 10 Jahre lang Äh, runter Runter Entschuldigung Ezio wusste nichts von seinem Assassinenerbe, bis er im Alter von 17 Jahren mit ansah, wie sein Vater und seine zwei Brüder gehängt wurden. Er floh mit seiner Mutter und seiner Schwester in die Villa Auditore in der doskanischen Stadt Monteregioni Nachdem er von einem Erbe erfahren hatte, nahm Ezio das Assassinen-Training auf und bereitete sich auf seine Rachefeldzug gegen den Templerorden und dessen Großmeister Rodrigo Borgia vor. Ezio entfachte in vielen italienischen Städten einen Krieg gegen den Templer und trug wesentlich zum Fall der Borgia. Ja, das war ne Hammergeschichte. Ok, cool. Woop. Na dann, weiter geht's. Woow. Warte was? Wer ist das, Hong Li Wei? War ein Oinuch Niedernranges, der während der Regentschaft Kaiser Zheng Ge's in den Wohnbereichen der Konkubinen in der verbotenen Stadt lebte. Er unterrichtete die jungen Mädchen in Kalligafri und zeigte sich, wie viele ihre Lehrer besonders angetan von Zhao Yun. Während der Säuberung durch die Tage half er den Assassinen, wurde jedoch von Wei Bin, der Schlange gefasst und zur lebenslanger Haft verurteilt. Ok. Nein, nein, du bleibst schön da. Äh, nein. Nein. Wie komm ich da hoch? Ich hoffe, ich mach's jetzt richtig. Glück gehabt. Oh, wat? Was? Das war gerade ein ziemlicher Leck. Nein. Er darf nicht nach unten schauen. Weg, verschwinde. Aber nicht, wenn dich einer beobachtet. der da hat die Schlüssel. Ok. Sieht er mich? Nein, er sieht mich nicht. Na los, komm her. Äh, Leiche nehmen. Leiche ablegen. Hallo? Nein. Du sollst sie runterwerfen. Okay, jetzt mal langsam. Hoch mit dir. Leiche nehmen. Na gut. Ah, nicht. Äh, hallo? So ist gut. Nein, lieber noch nicht. Nein, nein, nein. Einmal. Die treffen mich einmal und es ist schon vorbei. Wer verschwinde? Los, hau ab. Ja, ja, schon klar. Los, 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 los. Bleib hier. Ich bekomme die Schlüssel und werde dich raus. verschwinde, Junge. Oder du bist des Todes. Naja, du bist sowieso des Todes. Fragt sich nur wann. Komm ruhig her. Na los, na los. Ich hätte ihn eigentlich auch holen können, wo er in die andere Richtung gelaufen ist. Dumm von mir. Physikowski. Der Attentat musste sein. Das Ding ist gespeichert, cool. Aber schön, dass es hier auch so 3D-Elemente gibt. Also nicht nur rechts und links, sondern auch hoch und runter. Schneide, 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 schneide. Rein, rein, rein. Boah. Alter. Zu viel Nervenkitzel. Oh Mann, jetzt. Nehm, 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 nehm. Nehm die Leiche. Nehm die Leiche. Da komm, da komm, da komm, da komm, da komm. Na gut, ich muss warten, bis er zirka. Komm, da komm, da komm. Hallo? Ah doch, ich kann Luftattentate machen. Um die Leiche. Na komm, komm her. Hallo? Ah nee, er kommt schon von alleine. Doch nicht. Schmerz. Gut. So hong to the cannon. Huch... Und... ATTENDAT! Du mein Mann hat mich nicht beobacht, Galfur. Oha, die Frau ist tough. Die war aber nicht so. Von seiner still-warnen Corks. Do you even know what the Box is? I know it belongs to the Brotherhood. How naive. Thinking you can retrieve the Box. Thinking that killing me will achieve anything. Killing just one of you will not give me the vengeance I seek. You are the first of the Tigers to fall. But you will not be the last. Bewege L in die gewünschte Richtung, während du dich in einem Versteck befindest und drücke A, um die nächste verfügbare Versteck zu wechseln. Wähle Wurfmesser aus, indem du auf dem H nach rechts drückst. Zieh, indem du RB gedrückt hältst und R bewegst. Wenn du bereit bist, drücke RB, um ein Messer zu werfen. Wähle Lärmpfeil aus, indem du auf dem Steuerkreuz nach links drückst. Zieh, indem du RB gedrückt hältst und R bewegst. Wenn du bereit bist, drücke RB. Ja, das ist gut. Das war damals ein sicheres Platz für uns, Assassins. Sang-Yong Stigers sahen zu dem Ende. Seine Forster überrascht und überrascht uns. Alles, aber die Brüder entfernt. Die Brüder entfernt. Gaofengs Tod wird ein Messer zu den Templern senden. Die Assassins haben zurück. Cool. Nun, da Gaofeng tot ist, muss Xiaojun durch die weitläufigen Höhlen und steilen Hänge für ihren Heimat fliehen, bevor der Templer bemerken, dass einer ihrer Meister tot ist. Erweitertes Adlerauge Upgrades. Upgrades für neuer Spiel plus mehr Wolfmesser. Neben sie die Assassinschriften beschaffen. Drei Stück von den Assassinschriften müssen besorgt werden, okay. Was ich aber gerne noch versuchen möchte... Nein, verdammt, ich komme nicht in... Alles klar, ich komme nicht ins Optionsmenü. Ob es vielleicht eine deutsche Sprachausgabe gibt. Nein, sie überspringen kann ich nicht. Warte, gibt's da aber noch was? Huch, ich hab's überlebt. Nein, da gab's nichts mehr. Wow, mit Springen kann man sogar noch schneller hochkommen. Hm. Okay, Freunde, gehen wir weiter. Rote Vögel, die haben ja verschwunden... Woah, 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 woah. Wie groß ist denn das? Hä? Alter, das ist ne Statue. Was hat man hier denn alles schönes? Alter, ich dachte schon, Ori ist groß, aber das ist alles nur eine einzige. Map, ein Level. Was hat er denn alles schönes? Wow. Wow. Kann ich beide? Ok 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 Los, 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 los Huch Silber Schade